Vielen ist das schon passiert. Nach einer Party mit reichlich Alkohol haben wir das unwiderstehliche Bedürfnis, einem Freund oder gar dem Ex-Partner eine vermeintlich wichtige Nachricht oder gar einen Liebesschwur zu senden. Und wenn wir dann am nächsten Morgen mit einem mächtigen Kater erwachen, würden wir nichts lieber tun, als diese Message sofort wieder zu löschen. Wir erklären, warum Dranktexting ein so weit verbreitetes Phänomen ist und was du dagegen tun kannst. Darum schreiben wir Nachrichten nach zu viel Alkohol. Dass Alkohol die Hemmungen beseitigt, wissen wir alle aus Lust oder schmerzvoller Erfahrung. Einst war es dann nur der unbekannte Thekennachbar, dem wir unsere Lebensgeschichte unterbreiteten oder den wir bedingungslos anbaggerten. Die Smartphones haben nun eine weitere Variante eröffnet. Denn sie geben uns die Möglichkeit, auch einem Ex-Partner oder einer weit entfernten Freundin mitzuteilen. Was wir ihm oder ihr schon immer mal sagen wollten. Dass diese Mitteilung nach ein paar Glas Wein wenig Relevanz hat oder besser komplett ungeschrieben bleiben sollte, ist uns in unserer alkoholbedingten Euphorie meist gar nicht bewusst. Also senden wir munter Liebesschwüre oder auch üble Beschimpfungen in die Welt und würden am nächsten Morgen am liebsten im Boden versinken, wenn wir die Bescherung auf unserem Handy entdecken. So kannst du nach Dranktexting reagieren. Wenn auch du einmal in so eine Situation gerätst, gibt es zwei Wege, damit umzugehen. Entweder du entscheidest dich, deine Missetat vom Vorabend komplett zu ignorieren. In vielen Fällen ist es dem Empfänger nämlich durchaus bewusst, dass du nicht ganz nüchtern warst, als du deine Nachricht gesendet hast. Deshalb erfolgt in der Regel auf das Dranktexting auch keine Reaktion und nach ein paar Tagen ist die Sache vergessen. Solltest du aber etwas geschrieben haben, was du bitter bereust, hilft nur die Flucht nach vorne. Kontaktiere umgehend die Person, der du die Nachricht geschrieben hast, und stelle die Sachlage klar. Auf keinem Fall solltest du das wieder mit einer Textnachricht tun. Besser ist ein Telefonat oder ein persönliches Treffen. Bei dir sein Patient Beifallativativativativativativativativativabet optimize